Gehts weiter mit YouTube für 1.200... YouTube für 1.200... YouTube für 1.200... Ende nehmen die Buzzer... Am 23. April 2005 wurde das erste YouTube-Video hochgeladen. Welche Art von Tier sieht man im Hintergrund? Die Frage nochmal... Am 23. April 2005 wurde das erste YouTube-Video hochgeladen. Welche Art von Tier sieht man im Hintergrund? Schon viele Bevorfragen. Nachgedacht... Hat man das erste YouTube-Video... Ich hab's tatsächlich mal gesehen... Ja, ich hab's auch gesehen... Ich hab eine Vermutung... 5... 4... 3... 2... 1... Und... Ui... 2... 2... 3... 3... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 15... 7... 6... 4... Attacking anything that moves is what beasts do, not people. Yeah, he might not look like much, but his skill with the sword is really something. He'll have to fight me one-on-one sometime. My, my. What? 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 Hohe, Hohe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020